Da saß ich also 1.14 Uhr morgens, weil ich irgendwie nie zu normalen Zeiten aufnehme, dachte mir, hm, könntest ja eigentlich ein Cities Skylines Video machen. Du findest das Spiel eigentlich ziemlich cool. Vielleicht kommt es dir gut an, wer weiß. Doch dann sah ich das hier. Auf Reddit dankbarerweise, weil ich bin irgendwie immer auf Reddit. Aber ich saß und es war wunderschön und seht es euch einfach selber an. Es ist lustig, dass wir eine Stadt zu bauen. Denn diese Stadt haben skylines, und boy, sind sie schön. Wir folgen unsere Bürgerinnen all durch den Tag. Sie fahren, sie arbeiten, sie arbeiten, sie spielen, sie spielen. Wir bilden ihnen gut Straßen, froh, und neue Spiele. Wir pfeifen Wasser in ihre Swell swimming-poole. Yes, by day all our citizens thrive. As they work, as they play, and exchange a high-five. But we've wondered, we have, as I'm sure you all might, what our citizens do in our cities at night. We'll be right back. Untertitelung des ZDF, 2020